beim trainieren geht es nicht nur um die übungen sondern vor allem um die richtige dosierung das heißt wie oft sie trainieren wie lange sie trainieren sollten wie viele pausen sie zwischen den trainingseinheiten benötigen welche muskelgruppen sie an welchen tagen trainieren und vieles mehr wer die richtige dosierung kennt und anwendet wird erfolgreich sein genau das kann figur trainer gewährleisten kern von figur trainer ist gezielt das kraft und muskeltraining hierbei gilt folgendes sind die verwendeten gewichte schwer so dass nur ein bis sechs wiederholungen möglich sind trainiert man vor allem kraft und muskelspannung die muskeln werden fest entgegen den meisten empfehlungen hervorragend geeignet für frauen sind die verwendeten gewichte so schwer dass sieben bis zehn wiederholungen möglich sind trainiert man verstärkt den muskel querschnitt das heißt der muskel wird größer und weiter alles über zehn wiederholungen hinaus wird zu leicht für optimale ergebnisse außerdem ist training in diesem bereich mental sehr ermüdend ein grund weshalb frauen auf ganz auf krafttraining verzichten dummerweise bekommen gerade frauen viel zu oft diese intensität empfohlen figur trainer besitzt ein spezielles aufwärmensystem das optimale leistungsverbesserungen garantiert langes aufwärmen auf laufbändern oder fahrradergometern entfällt der beanspruchte körperteil wird mit zwei bis drei lockerungsübungen vorbereitet sie beginnen jede übung mit relativ leichten gewichten um dann von satz zu satz in höhere lasten herangeführt zu werden vergleichbar mit dem warmfahren eines automotors nach den aufwärmsätzen geht es darum neue rekorde zu erzielen dabei werden so viele wiederholungen absolviert wie man sie selbst aus eigener kraft und korrekter technik erzielen kann als kreislauf training wird je nach zielstellung systematisch integriert